D-Moll! Ich hab nur zwei Griffe. Ehrlich? Sag mir die zwei Griffe, sag sie mir. Sag sie mir, oh Gott, ich will sie so gerne wissen. Irgendwas molliges. Irgendwas molliges? Meine Oma. Okay, sie hat auch mitgesungen. Okay, also D-Moll, ist das der erste Akkord gerade? Kann ich sie mal hören? Ich bin unsicher, ganz unsicher. Was ist D-Moll? Ich bin aber, ich weiß nicht, ob du das in dem Lied aufdehnen soll. Kann auch ein A-Moll sein? Wie? Du machst dich so geil für dich dran. Ich will das mal aufstehen. Kann ich mal mit dem Ding für einen Applaus für Tobi haben, der ganz spontan hat Moritz eingeschlossen. Hallo Moritz! Okay. Warte kurz. Ich muss näher ran, weil da kann ich dir auf die Finger schauen und so ungefähr erahnen. Schatz. Ich spiele auch gar nicht mit, du kannst gerne mit dem Finger gucken. Ey so, wir müssen so Buchstabenformen. Ja, ja. Oh shit, okay. 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 Ich würde Gott kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020